Also so was da, also sozusagen der Kater nach der Party der deutschen Einheit, wie man das manchmal auch gerne beschreibt, das ist das, mit dem ich sozusagen in meiner Kindheit sehr, sehr stark konfrontiert war. Also was das ganze Thema Arbeitslosigkeit angeht, Orientierungslosigkeit, diese ganze Strukturlosigkeit, die es damals sozusagen im Osten gab. Und das ist was, was natürlich unsere Eltern nochmal viel, viel bewusster mitbekommen haben. Aber als Kinder merkt man ja schon, was sozusagen um einen herum passiert und vor sich geht und sowas. Und was wir als Verein machen wollen, ist sozusagen über diese Dinge sprechen. Also sowohl über die Erfahrung unserer Eltern in der DDR, aber als auch über die Erfahrung unserer Eltern während der Transformationszeit, weil wir damit ja sozusagen auch darüber auch unsere Geschichten transportieren. Und genau, wir würden uns halt total freuen, weil wir halt meistens nur mit unseren Podien halt in den neuen Bundesländern im Osten unterwegs sind. Wenn es sozusagen auch mehr diesen, diese Einheit in Vielfalt gibt, wie auch das Motto ist. Also wenn sozusagen auch von einer westdeutschen Seite, einer westdeutsch sozialisierten Prägung, mehr diese Offenheit für diese Geschichten sozusagen da ist. Und deswegen sind wir auch so super dankbar, heute hier sein zu dürfen und über diese Themen zu sprechen.